Wie schnell lässt sich meine Eisbarte maximal drehen? Probieren wir es aus, haltet euch fest. Ich hoffe nicht, dass mir ja alles um die Ohren fliegt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Kleiner Spaß, natürlich dreht die sich nicht so schnell. Ich habe die oberen und untere Bildhälfte auseinandergeschnitten. Somit konnte ich das unten verschnellern. Aber jetzt mal ehrliche Frage, ist das schnell genug, wenn ich hier maximal mit dem Knie auf Geschwindigkeit gehe? Komme ich so über den nächsten Sommer oder muss die noch schneller?